In meinem Upper Campus Workshop können die Leute lernen, wie man Infografiken erstellt, das heißt, wie man Informationen, Zahlen, Daten, Fakten visualisiert. Das Besondere an meinem Upper Campus Workshop ist, dass die Leute selber zu Papier und Stift greifen und so auf individuelle Problemstellungen gleich eingegangen werden kann. Mein erster Tipp wäre, die Botschaft aus den Daten sehr schnell herauszufinden, die man transportieren möchte. Der zweite Tipp wäre, Daten müllhemmungslos wegzuschmeißen und der dritte Tipp, zeigen statt erklären auf gut Deutsch, show, don't tell.